Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Kommando hat Pharahs Truppen reklassifiziert Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen Meine Marines behandeln Pharahs Truppen jetzt als Feinde Was? Wir sind Verbündete Jetzt nicht mehr Halten Sie Ihre Leinen schön kurz, Colonel Sonst was? Sonst hänge ich Sie daran auf Kate Sie brauchen unsere Hilfe Wir können nichts weiter tun Wir können sehr viel tun Ich lass mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind Alex nicht Ich gehe zurück nach Uzikstan Ich bleibe bei Pharahs Armee Was Sie da tun, ist illegal Wieso ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen Du hast Freunde hier Du auch Danke Für alles Das ist noch nicht vorbei Vertraue mir Hab ich je mehr Du hast du den Schwester Komm auf komm auf Hadir Bist du das? Ja, zeig dich mir Wie lange bist du schon in Einzelhandel? Zehn Tage. Siehst krank aus. Kein Essen oder Wasser. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich. Über dich. Nur über meine Leiche. Nein, Hadira. Ich brauch dich lieben. Schau. Ich habe einen Schlüssel. Wofür? Finde es heraus. Nimm du ihn. Fang. Hab ihn. Gut. Versteck ihn. General Barkov kommt. Er weiß von den Nachrichten. Weiß er, dass du Karin bist? Mal sehen. Sieh an. Ein Familientreffen. Wischen. Wischen lassen. Soll ich damit aufhören? Dann rede. Schafft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Öffnen. Du solltest dich verabschieden von deinem Bruder. Wie leicht siehst du ihn wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Schau mich nicht an, Pfarrer. Falls du Fluchtpläne hast, vergiss sie schnell. Schau mich an. In diesem Drecksland ist es heisser als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Wie ist es? Ist leer. Holen wir dir Wasser. Türen! Komm hin! Rein da! Setz dich, Pfarrer! Es gibt keinen Ausweg, Pfarrer, und es wird dich auf niemand retten. Ich hab dir das Sagen. Ich kann dir das Leben viel leichter machen. Nun, erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Antworte mir. Leck mich, du Arschloch. Hüte deine Zunge. Bis jetzt war ich geduldig. Es reicht. Bleib wach, da ziehst du deinen Bruder. Ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. Dreh den Kopf, Pfarrer. Atme! Genau so. Ich dachte, du willst deinen Bruder sehen. Wachbleiben! Nochmal! Atme, Pfarrer! Du schaffst das! Na bitte! Gut. Das reicht. So stark, Pfarrer. Mach so weiter und du siehst da dir. Nochmal. Nochmal. Wer ist Karim? Die Nachrichten sind von mir. Ich bin Karim. Nein, Karim ist euer Anführer. Du bist nur eine Botin. Das reicht. Ich habe eine deiner Späster. Kein Wort von mir, Pfarrer. Schon gut, Asedel. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Pfarrer. Bleib wach und sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Weiter! Dieses Mal wird es schwer. Andere Seite. Falsche Richtung, Pfarrer. Verdammt, du bist gut. Halt still. Na, aber hast du jetzt Luft? Willst du den Kopf drehen? Halt still, Pfarrer. Nicht bewegen. Genug. Das reicht. Glückwunsch, Pfarrer. Du hast sie gerettet. Sag mir jetzt die Wahrheit. Oder sie stirbt. Ich habe getan, was du wolltest. Nein. Ich will die Wahrheit. Wer ist Karim? Sag es. Die Nachrichten stammen von mir. Ich bin Karim. Ich bin verantwortlich. Ich wusste es. Pfarrer, nein. Schon die ganze Zeit. Schaff sie weg. Sag den anderen, ihre Anführerin wurde gebrochen. Du hast dich erhungert, Pfarrer. Hm? Iss. Dann retten wir. Hältst du das wie ein Spiel? Du denkst, du kannst gewinnen? Keine Spiele mehr. Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir ein Schlüssel? Einer fehlt. Aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst sie für schlau. Karim. Also. Wo ist der Schlüssel, den dein Bruder gestohlen hat? Weg her, Schlüssel. Der, den du versteckst. Dieses Land ist eine Brutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Ich schütze Russland. Schweig. Wo ist die Hölle? Geht hier vor. Tötet alle. Sperrt sie in das Lager. Brennt es nieder. Du hast deine Leute nicht gerettet, Pfarrer Karim. Sondern getötet. Einen Helikopter schnell. An die Waffe. Alle bereit. Das ist für mich gar nicht. Locker. Nicht eng. Nette kleine Klinge. Ja. Gut. Steine. Fast. Es hat funktioniert. Das passt nicht. Ich muss da irgendwie rein. Damit kann ich hochklettern. So komme ich nicht raus. Ich muss da, Pfarrer, 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 Pfarrer. Ich muss da, Pfarrer, 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 Pfarrer. Pfarrer, 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 Pf Was? Was? Poshon, nachher! Ich bin der Kanzler! Ich bin der Kanzler! Das war's für heute. UNTERTITELUNG . . . . . . . . . Jeremu! Hey, du ist da? Wo bist du? Auf geht's! Die sind da! Die sind da! Die sind da! Die sind da! Obwohl du bist bist! Findet die Frau! Du hörst mich? Was? Was? Sie sind weg? Sie sind weg! Sie sind weg! Sie sind weg! Es ist eine 1-2-3--. Sie sind in der Schmutz sie! Komm, schau sie auf. Ich komme, Schwester. Ich komme, Herr. Geht's hier! Rundfans, ich bin weg. Schwestern, du bist raus. Ich wusste es. Die Wachen, wo sind sie hin? Barkos Trupp. Wir müssen weg. Danke, Schwestern. Schwestern, komm. Die Wappen, hier. Danke a dir. Barkov hat uns fast umgebracht. Ja, Asedel. Töten wir ihn. Die Wachen sind zurück. Schnell, wir überraschen sie. Wie? Zielt und schießt, bis sie tot sind. Wie besprochen. Gut gemacht, Schwestern. Barkov hat die anderen im Lagerhaus eingesperrt. Macht schnell, bevor alle tot sind. Okay, die Achvara. Karim. Outro Outro Was ist das? Tötet sie alle! Ihr seid alle sehr mutig! So wie du, Schwester! Wir bemühen uns! Danke, Karim! Das war's für heute! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schwestern! Zum Lagerhaus! Na los! Da! Oben auf dem Turm! Ein Scharfschütze! Er beschützt das Lagerhaus! Die Gefangenen sind dort! Wir müssen dorthin! Volgi Karim! Los! Die Gefangenen sind dort! 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 Ja, ok, jetzt ist es die Kälte. Oh, ich bin ich raus. Sonntag. Kulatzen. 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 Auf der Strasse! Drüben bei dem Gebäude! Ich sehe sie! Ich brauche Deckung! Verstanden! Entschuldigen! Feuer! Das ist mein Titel der Barriere! Ich sehe sie! Granate! Sieh doch! Was ist doch weg! Ich sehe sie! Sieh doch! Was ist doch weg! Halt! Die ganze Dörnähe! Sie sind ungeschützt! Feuer! Halt! Die ganze Dörnähe! Da sind sie! Sie sind ungeschützt! Drüben bei der Barriere! Soldaten! Feinde ganz in der Meer! Wo? Bitte wiederholen! Granate! Drüben bei der Barriere! Bewege! Sieh doch weg! Da sind noch mehr! Wir brauchen Deckung! Soldaten! Auf der Strasse! Da sind sie! Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Sieh doch weg! Sieh doch weg! Sieh sie! Komm schon, Karim! Zum Lagerhaus! Na los! Na los! Sie bewegen sich über dem... Ich sehe sie! Scharfschütze! Vorsicht! Da oben! Scharfschütze! Auf dem Steck! Schaut sie hinaus! Westen! Da sind sie! Oben! Auf dem Steck! Banaten! Scharfschütze erledigt! Sauber! Es gibt einen Weg hierdurch, Karim! Es gibt einen Weg hierdurch, Karim! Nicht schießen! Wer ist Commander Karim? Ich bin Karim! Sie haben uns kontaktiert! Lieutenant John Price! Wo sind die anderen? Da drin! Geradeaus durch! Dicht folgen! Gehen wir Jungs! Ab zweit! Besichert! Folgen! Die Gasfabrik! Er verbrennt die Beweise! Und die Gefangenen! Zurück! Wir brechen durch! Los! Alles gesichert! Holen wir sie da raus! Ich öffne die Sprinkler! Mach dir die Tür auf, Karim! Klappt nicht! Die ist verschlossen! Auf! Wadir! Wadir! Fester! Schwester! Wadir! Alles okay! Sie sind da! Ja! Geschafft! Dank dir! Durchatmen! Sucht Überlebende und Vorräte! Wir gehen! Nach Norden! Nach Norden! Nicht auf den Highway! Bravo 6 an Kobalt 4! Zeitfenster bestätigen! Zehn Minuten! Roger! Orbit halten! Beallt euch! Selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen! Ja, Leute selber! Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird! Er wird es büßen! Soll er kommen! Wir haben die Straße nach Norden geräumt! Dort seid ihr erstmal sicher! Danke! Die Revolution beginnt jetzt, Schwester! Der Krieg beginnt jetzt, Bruder! Selbst im Krieg gibt's Moral! Nicht vergessen! Bravo 6! Anflug in 2! 2! 2! 1! 2! 5!